Ich habe auch meiner Frau schön Fingers ansprachen oder was? Ich habe auch das. Ich habe auch eine Anzeige, die Unbekannte. Können Sie da, am nächsten Polizeirevier, wir erteilen Ihnen jetzt Platzverweis, wir erteilen Ihnen jetzt, würzen Sie mir doch mal zu, okay? Wir erteilen Ihnen jetzt Platzverweis, zudem wir alle stehen in Richtung Bahnhof, verlassen Sie den Platz jetzt. Weil ich was gemacht habe oder was? Oh, komm, geh. Wie primitiv muss er denn sein, hä? Ja, genau. Was seid ihr für Pisser? Stehenbleiben. Das haben Sie mir nicht gesagt. Weil ich was gemacht habe. Ja, darfst du mein Handy auf den Anschlag machen, ab den Warschaften oder was? Ab den Westerburg. Habt ihr den Meister oder was? Können Sie das einfach machen, das deutsche Volk sein? Was dummes! Können Sie diese Scheiß-Zenten sein? So was dummes! So was dummes! So kommentiv! So dumm und so! Ich schäme mich für alles! So lächelisch, ihr Assis! Wir bezahlen euren Lohn! Wir bezahlen euren Lohn! Wir gehen da verarbeiten! Und? Ja, die müssen wir einhalten! Warum kriege ich etwas verteilt? Für was denn? Für was denn? Für was denn? Hey, für was denn? Ich will Begründung dafür, was? Ich will Begründung dafür, für was? Die Diese Assis können nur von hinten angreifen, oder was? Merkt euch vor, oder was? Wir Assis! Wir mögen das Dummesee! Wir mögen Schisses! Alter! Schiebt euch auf Füße! 3.15! 5.200! Sunder! Schisser, kriegst du eine Bezahlung, Pisse! Was denn? Wir haben geronnen! Komm her! Komm her! Komm her! Was ist los? Es ist Madrid! Wir haben es 14 warten... Was denn Leute? Sie haben es 13 % geben. Ein презид情況 ist oben. Bei jedem kann es sagen. Wir veratorschnen! Wir verursachen! Sie können doch hauen, dass sie können, dass sie noch hauen. Ach nee, Alter, geh mit drauf vor, hast du auch. Sie können doch nicht gleich wieder, und heute ist es da, dass die Flüge in 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 die Flüge. Sie können doch einmal die Flüge in die Flüge in die Flüge in die Flüge.